Okay, es geht weiter mit dem Berg, nein, Vulkan Guruk. Aber zuallererst zeige ich euch mal, ich bin auf Level 42. Und ich habe mich schon da reingekämpft, also in die Monster, ähm, in die Gegend, wo ich reingehen soll. Aber erstmal die neuen Monster, die ich da eigentlich entdeckt habe, muss ich mal erstmal alle zeigen. Die habe ich auch in dieser Gegend gefunden. 1000 Füßler, Piranha, Rotpiranha, Krokodil. Alligator, Küsschen, Schmatzer, Hydra, Dämon. Wie kommen in diesem Vulkan jetzt vor? Pirolisk, Feuerelementar, Feuerhydra, Lavaburm, Höllenhund, Feuerechse, Feuergigas, Rotdrache, Schwarzgoblin, Wüstenskorpion. Achso, die sind da ganz unten. Giftspinne? Ah, die kommen da irgendwo ganz hin, das. Okay, das waren die ganzen Monster bisher. Level 42, ich habe schon sowieso überlevelt, aber naja. Ich kann den direkten Weg, also unten gibt es nicht. Okay, da kann man jetzt schon die ersten Monster zeigen. Also diese ganzen Firemonster gibt es da drin, für die Leute, die sich dafür interessieren, was für Monster sie da suchen müssten. Und so, 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 so. Okay, erste Sorte gefunden. Also unten, in diese Richtung, gibt es nichts für euch. Nur in diese Richtung, das geht schneller der Weg. Und wenn ihr durch die Lava geht, verliert ihr immer nur einen Lebenspunkt. Ihr könnt auch nicht dadurch sterben. Okay, keine Zubatskämpfe bisher. Wieder ein 1000 Füßler. Feier Elementar. Okay, süßer Angriff. Okay, jetzt haben wir den auch mal gesehen. Gut. Oh. Mitri-Helm. Oh. Ist doch verarschen. Alle Level 33, äh, 43 meine ich. Okay, neueste Gegner, äh, die neue Gegnersorte. Die können zaubern. Aber ist hier nicht so schlimm. Aber zu viele Zubatskämpfe, aber Terrorhöhle. Die Terrorhöhle. Ach ja, was ich mir sagen wollte, was ich vergessen, fast vergessen hätte. Dankeschön an Devil Inside und Kiro, äh, Inside und Kryn. Danke für die Kommentare. Und Lord Lenny, Lord Lenny, ja. Dich werde ich nicht vergessen, du auch. Dankeschön. Okay, bisher läuft es ja sehr, sehr gut. Ich bin viel weiter als die anderen. Okay, die anderen schneiden auch nicht ihre Kämpfe raus. Wenn ich das nicht lassen, wenn ich das nicht machen würde, würde der Kampf auch viel länger dauern. Okay, ich muss kurz da wieder rein. Och, ich werde immer wieder vergiften. Das regt mich jetzt schon auf. Äh, Anti-Dot. Ich weiß jetzt schon, dass ich so viel schneiden muss. Genau als ich die Kiste öffnen wollte. Riesen-Schwert. Riesen-Schwert. Rösten. Hm, nein. Bitte, keine Zufallskette. Die Kämpfe. Neue Gegnersorte. Feuerhydra. Okay, gut, gut. Wieder wird der gute alte Bernd einmal vergiftet. Wieso, Bernd? Wieso? Wieso bist du mal so anfällig an Gift? So. Dankeschön. Ihr wollt mich doch alle verarschen. Lava Wurm. Okay. Tod? Aber jetzt. Okay, jetzt aber. Ja, auch hundertprozentig tot. Ach, komm. Fenix-Feder. Also, es gibt andere Möglichkeiten. Ihr könnt ja nach links gehen. Also, wenn ihr links geht und diese Türen benutzt, kommt ihr auch noch an die Truhen oder diese Tür. Es gibt insgesamt Türen am Anfang, die zwei und am Ende. Und das waren alle Truhen in dieser Gegend. Also in dieser Etage. Oh. Immer wieder wird der gute alte Bernd vergiftet. Das gefällt mir gar nicht. So. So. Level 43. Nein, Leute. Ich wollte das nicht. Ich wollte nicht so hart trainieren, aber die haben mir keine Wahl gelassen. Also, ihr könnt auch noch hier rein. Also, das wäre jetzt für diese Etage die ganzen Schätze. Ich hoffe, wir haben Pirulis bisher gesehen. Hellen Hund. Bis bald. Okay, ich muss mal kurz heilen. Heilra. Ich mich richtig erinnere, gab es hier keine Schätze, oder? Da gab es keine. Ach, hier. Also, spart euch den ganzen Weg hier durchzugucken. Ich weiß den Weg schon auswendig. Hier müsst ihr rein und da kommt ihr weiter. Okay. Ich hasse diese fucking Monster. Level 44. Nein, Leute. Das war nicht geplant. Ihr solltet beim Endgegner Level 60 sein. Level 60, Leute. Mir fehlen noch 16 Level. So. Flammeschild. Frostschwert. Okay, das ist gut für ihn. Also, das ist für ihn gut, weil... Angriff wird verstärkt. Und Flammeschild. Feuer, Energie, Energie, Zündung. Gut, gut, gut. Das hilft ihm. Beim Bau... Wie viel LP haben die alle? Okay, das geht ja noch. Da war ich schon. So. Zehn Guild gefunden. Was haben sich die Entwickler gedacht, als sie zehn Guild da reingetan haben? Wieder ist eine Truhe offen. Ich bin jetzt schon bei 16 Minuten. Okay, eigentlich neuer Gegnersorte. Oh, toller Schaden, mein Kumpel. Und tot. Stab gefunden. Hm. Ich war jetzt überall, oder? Ich war doch jetzt überall, oder nicht? Oh, jetzt hab ich wieder dieses Gefühl, dass ich irgendwas vergessen habe. Nachgucken. Okay. Kurz nachgucken. Alles. Alles. Ah, die letzte Etage. Also, was ihr euch merken sollt. Paar Räume sind... Paar Räume sind leer. Ach. Was? Hölle Feuer, da. Stirb. Flammenpanzer. Rüsten wir das mal aus. Rüsten. Rüsten. Oha. Rüsten. Rüsten. Leerer Raum. Ach, dieser Part wird wieder so lange dauern. Raum da oben ist leer. Fick dich doch. Ach, Mann, oh, Mann, oh, Mann. Fick dich doch. Okay, Feuer Gigas. Irgendwie mal eine andere Gegnersorte, also dieser Lava Wurm oder Oga, Moga, Digga. Ey, die könnten ja alle die Füße küssen. Ey, wenn die Truhe auch hier leer... Hier ist nicht mal eine. Also, das Video ist schon 22 Minuten, also wenn ihr das seht, sind das gerade nur 12 Minuten. War das nicht der Weg zum Boss? Ja, das ist der Weg zum Boss. Okay, wir wollen ja nicht ganz geschwächt gegen ihn antreten. Okay, und los geht's. Ihr habt also das Chaos der Erde vernichtet und meine Schlaf gestört? Wie siehst du denn aus, Digga? Du siehst du mal, Hüttler. Ich bin Kali, das Chaos des Feuers. Ihr werdet Höllenquallen erleiden, bevor ihr zur Asche werdet. Meine Wüte in den Flammen werden dafür sorgen. Also eine Frau. Ja, eine Frau. Angriff, Angriff. Angriff und du machst, was effektiv bei ihr ist. Hab ich nicht Eisgar? Hat sie Eisgar? Ich hatte, ich hab Eisgar. Aber nur Eisra, okay dann. So. Hupsala, Lager, stirb. Nicht, dass sie jetzt sofort gleich stirbt. Eisra. WTF, wie viel du abgezogen hast. Übertreib doch. Die Musik ist gerade geil. Auf dich selbst und du machst Eisra. Wieso zieht sie jetzt auf einmal so viel ab? Hydra. Und so war es zu Ende mit Kali, Charlie. Es gab Monster da drin, die haben mir mehr Erfahrungspunkte gegeben als die Schlampe. Yeah, Feuerkristall. Und was ist jetzt? Und was ist jetzt? Helles Licht. Und? Feuerkristall habe ich noch nicht gesehen. Wo zum Geil das ist. Aber ich merke mir, ich gehe da jetzt noch nicht hin. Ich bin dafür noch nicht stark genug. Und wir sehen uns das nächste Mal. Und wir sehen uns das nächste Mal.